Die Vakuum-Bazooka gegen echte Golfspieler und zwar geht es darum, wer kann näher an eine Fahne spielen. Dafür haben wir die Top-Racer-Technologie. Das ist die erste Top-Racer-Range in Deutschland, die es gibt. Kommt aus den USA, da ist das schon lange Usus. Hier haben wir die Möglichkeit, durch zwei Kameras am Range-Dachgebäude jeden einzelnen Ball genau zu verfolgen. Nicht weit genug. Jetzt haben wir einen kleinen Rückfahrt gekriegt, 95 Zentimeter. Dann war noch einer mit 1,14 oder so, Platz 3. Podest ist schön, aber wenn, dann wollen wir natürlich auch ganz oben sein. Wir können zufrieden sein. Es ist das erste Mal, dass wir die Vazooka außerhalb des Labors getestet haben. Das Beste, was wir heute erzielt haben, waren 160 Meter. Wir mussten ein bisschen die Druckdifferenz reduzieren. Wir haben es nicht ganz weit runtergepumpt, damit wir auf die geforderten 133 Meter ungefähr gekommen sind. Ja, das war's.